Spielst du über die Regel, ja? Immer noch? Sehr selten. Du warst ja der Main, aber... Ich war der Main, ja. Was ist jetzt los? Ich packe sie nur dann aus, wenn es wirklich sein muss. Wenn die Welt den Main auch braucht. Aktuell spiele ich Shen Zeroed First. Offensive Namiboy. Hey, wer hätte es gedacht? Sie trifft nicht! Ihr GG! Mann! Wieso? Fire Boots, Trinity, Trinity Proc. Das ist ja das Tolle, dass du... Ne, das kickst du ja gar nicht. Wenn du Trinity hast und Ultest, dann ist das nicht wie bei Beklever. Bei Beklever hast du ja, du machst Normal Damage, wirst du beschleunigt. Trinity Proc ist ja nicht so. Doch. Ne, nur wenn du Lasted ist. Und Auto-Tagst. Ja, bei der Ulti-Ding zählt als Lasted. Äh, als normal, als Hit. Ja, als Hit, aber nicht als Auto-Tag. Trinity muss Auto-Tag sein oder Lasted? Ne, ich mach das immer und bin immer schneller. Google. Oder Lolviki. Chat weiß das. Ne, ne, guck. Guck. Das ist wirklich, das ist wirklich entscheidend. Ja, das kann ja sein, dass es da steht. Aber... Da steht einiges. Ja, wow! Ist eine verlässliche Quelle. Lolviki oder Chat. Ich bin mir eigentlich zu... War das normal. Du guckst auf der aktuellen Seite, das ist... Nein, nicht auf League of Legends.de. Lolviki. Lolviki, Leute. Du sollst nicht Irelia gucken? Was soll ich sonst gucken? Trinity! Ja, aber ich muss ja auch gucken, ob das als normaler Damage zählt. Ich muss ja gucken, ob dieses Irelia... Es ist Noble Damage. Believe me. Nein. Doch. Ja, aber... Die Ultimate... Nein. Guck's jetzt. Nach Lolviki, Trinity. Sonst... Disconnect ich hier an mein Gehör. Ich hab das immer gemacht, um wegzurennen, nur weil ich schneller bin dann. Und ich bin jetzt einmal irgendwie... Ich geh nachher ins Custom Game. Und wenn das stimmt, castest du das nächste Spiel nackt. Und dann hoffe ich, dass die Kamera freeze, wenn wir zurückscheiden. Eieieiei. Ich bin mir ziemlich sicher. Du machst deine Ult und hast irgendwelche Minions gelastet und deswegen bist du schnell. Die Ultimate von Irelia ist kein On-Hit. Ich meine, da kannst du ja... War das schon immer so? Ja. Nein, das kann nicht sein. Ich hab in meinem Leben 2000 Irelia-Games gemacht. Ja, ich bin LOL-Mate! GG, Alter. Oh, Mann, ey. Jetzt wirklich wichtig ist, dass Ragnus Dei and Summoners nicht abhaben wird. Die haben so tauscht... Woa! Woa! What! Und das war ohne W! Wie viel reckt der Typ? 306 pro Tick? Was ist das für ein Gurkenspiel? GG! Ja, das... Ne, das ist... Ne, das ist nicht richtig jetzt. Das ist so traurig, was hier grad passiert. Die haben so viel Gold, schau's dir an. Die müssen gar nicht mehr was machen sollen. 100.000! 100.000! Und das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Ich glaub, das Game könnte doch locker noch 80 Minuten gehen... Also, könnte noch 20 Minuten gehen. Wenn du jetzt gesagt hättest, noch 80... Ja, so stimmen wir alle ein! Ja, mit dem Zero in der Hand und der Top-Lane völlig frei. Südlich... Oh! Power of Evil! Es ist down! Kein Flash! Das ist bitter reckless, aber ebenfalls nicht gut positioniert. Xpecke mit dem... Was? Verdammt des! What?! Xpecke ist schon wieder! In 3-Mann geflasht! Wer hat den denn geboostet? Ist ja übelst! Amazing is down! Fnatic! Können sie jetzt beenden... Außer... Außer... Du gehst jetzt in die Base! Du gehst jetzt in die Base! Du holst dir Z-Rod! Du portest da hoch! Stellst es auf und... Xpecke ist die aus dem Leben! Schuhe verkaufen! Und Z-Rod-Portal rein! Da ist er! Mit Low-H-Spiel! Er will die Leute stun! Was macht der denn? Du hast keine HP, du Sohn! Was willst denn du da machen?! Wie viel Leben hat der Turret da? Was macht der denn jetzt? Oh noooo! Ey, das war... What?! 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 Was ist denn das?! Egal, das wars! Fnatic nimmt den ersten Turret! Fnatic nimmt den Inhill! Fnatic geht zurück! Das wars, Leute! Offiziell! Das wars! Wir können nicht mehr! Das ist doch nicht richtig! Die gehen jetzt zum Baron! Der... Fnatic... Origin liegt Bewusstsein auf dem Boden! Nee! Fnatic hat Ehre! Die wollen nicht treten! Das ist doch keine Ehre, Alter! Die werden gepäck dort! Die werden gepäck dort! Und zwar hoch 10! Stellt da ein Wort rein! In die... Freakin' Base! Ja... Null geht's der aber! Der hat... Der hat... Der steht 067! Alter, 645 Farm! Leute, das ist das schlimmste Game, was ich jemals gesehen habe! Das ist das Why der Woche! Anders kann man sich machen! Das hört halt nie auf! Die sind halt beide schlecht! Ei, ei, ei! Na, die haben ja immer noch Baron Buff! Fnatic hat 40 AP und 80 mehr! Über die Items hinaus! Der facepalmt schon! Der ist tot! Der ist müde! Der will nicht! Der will einfach nach Hause! Donnerstag! Oh Gott! Der will in die Solo-Cue! Der will einfach nur in die Queue! Der Foto hast wirklich... Du bist X-Pack, ey! Hast Autofill bekommen! Kriegst ADC als Rolle! Und bist in dem... 67 Minuten Game! Und stehst 068! Afgha! Afgha! Leute! Ich bin müde! Fk! Ich meine... Irgendwann kommt ein Moment, wo wirklich jetzt eine Pause kommt... Und die pullern müssen! Ich meine... Irgendwann setzen körperliche Bedürfnisse ein! 68 Minuten! 120.000 Gold! 600 Form Midlaner! Die sind witzigerweise nicht bei dem Gold von Froggen! Muss man auch dazu sagen! Ah, von Froggen sind sie noch weit weg! Jetzt ist einfach ein Himitor gefallen oder was? Wozu waren die vier Minuten davor? Ich sag mal, es ist der 50. Himitor jetzt! Hat er einen Counter? Ich bin den Counter erstellen! Most in hips down in a game! Das ist echt halt... Total! Was ist denn das? Ich meine das ist ein ganz normales Game! Das ist hier nicht World Finals! Das heißt, Elda ist gleich wieder ab! Alles klar! Reckless macht ein offensives E! Ich finde es sehr gut! Der hat Eier! In der 72 Minuten finde ich das sehr gut! Ja, finde ich sogar echt gut! Verzeihung! Catchment da drinnen! Ja, na klar! Oh mein Gott! Das ist so spannend! Ich weiß ja gar nicht, wer hier dümmer ist! Das ist halt einfach furchtbar! Ich meine, die sind halt so vorsichtig! Aber es ist so richtig... Ja! Keiner wird es verlieren! Chef Foto spielt ein 70 Minuten Game und verlierst! Dann kannst du auch dein Leben... Das ist einfach GG! Der Rekord ist da! Aber Froggen war noch nicht mal bei 800! Der wird gleich überholt! Froggen ist überholt worden! Reckless hat den neuen Farmrekord! Herzlichen Glückwunnen, Reckless! Herzlichen Glückwunnen! Jetzt beendet ihr das Spiel! Mann! Das Ganze noch! Keiner ist gestorben! Pazifisten links und rechts! Gamsu wird vom Guardian wiederbelebt! In seinem W! Was passiert? Er hat voller HP! GG! Alter, stellt er jetzt 60 Wards rein! Verkauft eure Trinkets! Nur noch normale Trinkets! Macht da Wards! Zieh Peter! Und execute it! Alles klar! Bot in Hip ist ab! Oh mein Gott! Haben wir überhaupt noch Sound in-Game? Ne, haben wir nicht! Brauchen wir nicht! Der ist mittlerweile alle gegangen! Der ist leer! Wobei der vor uns auch schon... Kutsch hat auch gemeint, das ist nur dein Headset! Also ich hab noch Sound! Da ist der Z-Rod! Zum ersten Mal hat jemand gehört! Siehst du die Mechanik? Er hat Z-Rod gekauft, aufgestellt und dann Guardian geholt! Ja! Die Z-Rod Anti-Siege-Taktik wenn drei Enips fehlen! Leute! Kamera in die Base! Mach die Kameras in die Base, du Sohn! Jetzt! Sofort! Das ist die beste Abwehrstrategie! Da! Da! Zweit! Wer hier auf die Map verfolgt... Das sind halt richtig viele! Helmsklamm wird verteidigt werden, Leute! Gandalf ist noch lange nicht in Sicht, weil Gandalf halt null Drakes! Alter! Das ist doch GG, Alter! Jetzt geht er endlich hoch! Da! The Battles of the Z-Rods! Die Zuschauer kriegen das jetzt erst mit! Alter! 76 Minuten Triple-Z-Rod in der Base! Es wäre lustig, wenn wirklich so in der 80. Minute der Finish ist! Es wäre lustig, wenn der Finish heute wäre! Karma ist noch nicht der wir abgesehen! 80. Minute! Nicht wohlfällig! Longest Game Ever! Wir haben es geschafft! Ja? EU-LCS Longest Game! 23.000 Leute gucken sich das an! Seid ihr alle Lebensmittel oder was? Es tut mir für euch alle leid! Pass auf! Wir kommen doch zu 120! Nein, ich bestell hier gleich bei Hallo Pizza! Ja bitte! Es dauert halt! Es dauert halt still! So es! Oh Gott! Oh! Der Backdoor! Es beginnt! Jetzt! Oh mein Gott! Es hat ein Ende! Schon wieder Origin gewinnt ein Spiel! Mit Expecate zum zehnten Mal lagen sie 0-1 hin und machen dann das 1-1! Was für ein tragisches Ende! Sehr tragisch! Aber! Also! Well played Leute! Ich geh jetzt schlafen! Weil! Müdigkeit hoch 10! Ist doch ok wenn ich jetzt nicht die Analysen mache! Es ist alles jetzt ok! Weil wir wurden erlöst von diesem absolut versüften Gork-Game! Aber! Die 80 Minuten waren da! Ich meine das ist jetzt auch 1 Punkt! Für Origin! Haha! Schon wieder 14 Minuten! Du kriegst 1 Punkt! Es geht um 1 Punkt! Es geht um 1 Punkt! Oh! Best of 2! Bestes Format! Ever! Slash FF!